ja leute herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen video auf einem wunderschönen erstgänger heute gibt es meine erste stadt und was ich mir kaufen werde da habe ich richtig bock drauf ich habe gerne rein wie viel stadt und ihr schnappt wie ihr super pass was findet und so weiter und so fort was ein like und auch dafür mehr so ich habe schon eine geschenk bekommen ich will mir gerne noch eine holen ich weiß auch noch nicht hundertwurzendig was sehen entweder ich hole mir hier den trophäen pokal hätte ich mir gerne geholt aber den kann ich mir mittlerweile nicht wollen wir holen uns denke ich mal hier könnte man sich auch was von aber das ist ein bisschen noch zu teuer also ich natürlich auch sehr sehr gerne aus ich glaube wir holen uns das plan specken das packen wir hier hin ich habe gerne rein wie ihr das plan specken findet wir darauf noch eine runde und dann mal schauen ich find's geil ohne viel reden so wir haben natürlich direkt mal ein opfer gefunden eigentlich aber der rennt mir zu weit weg und darauf habe ich auch keinen bock um dann dauerpotente her zu laufen muss ganz ehrlich sagen weil ich das meistens dann eher nicht lohnt er hat sich jetzt wahrscheinlich eher gelohnt in der zeit ein paar fälle abzuernten jetzt wollte er sich natürlich den king aber das bringt ihm nichts dann jetzt kann ich weglaufen deswegen lässt er auch ab genau bei der bei einer der einzigen modis wo das schicken ob was bringt ich habe auch ein tieres ranking gemacht schaue ich dass er auch gerne noch an müsste freuen jetzt müssen wir noch ein bisschen die wehen steigern sonst wird das hier nichts werden wahrscheinlich und platz eins das machen wir jetzt aber definitiv um einiges ich glaube mit dran und über den sollten wir es haben darunter wird es durch hart den ersten zu holen mal schauen das ist glaube ich auch noch mal ein dicker sprung 312 auf jeden fall kommt sogar wenn wir nicht noch irgendwie becke nass wären aber hier haben wir ein opfer dann schenkt uns auch noch mal ein bisschen was 300 haben wir jetzt das was ich angesprochen hatte muss eigentlich wieder da sein das fährt ja zack dann haben wir genau das habe ich auch gesagt man sollten reichen und das haben wir locker geschafft let's go sehr sehr nice freut mich dass es so einfach geht manchmal jetzt freut mich 8 9 9 9 das heißt wenn man eine seltene tru die wir auch mitnehmen oh das war eine gute den dynamite sehr gut cold upgrading können wir glaube ich zweimal upgraden ja oh das ist fett was wir da bekommen haben aber das hole ich erst ab wenn ich dann das nächste mal richtig baller wenn jetzt erst mal das video zu Ende ich hoffe es hat mich gefallen das gerne ein like und ein abo da wir sehen uns beim nächsten mal und damit ciao leute du wir sehen uns beim nächsten mal qui ist bei